Herzlich Willkommen zum Freikontrollen durch den Marsch, wir arbeiten aktuell bei der Wiese alles nach, da anfangs der Postplay Kurs verkehrt war, den habe ich aber gleich gelöscht, was ist schon mal passiert, ich habe damals probiert das Feld mit Mähen und Schwatten zugleich zu machen, hatte aber die Breite angenommen vom Schwad, aber der Schwad der Breite ist wie ein Mähberg, hat das nicht alles gemäht, so jetzt mähe ich nach vorne ein bisschen, die Ecke, die Ecke, passen wir an, wo wir Platz Helfer nehmen, wieder alleine hoch, gut, jetzt vorne die Ecke, wir finden den, das ist gut, so vorne, da hinten, ok, vorne, vorne reicht die Führte, gut, gut, erledigt, so gleich X zusammenklappen, hinten auch, fahr ich mal rechts ran, da fahren wir jetzt mal hoch, das ist ja eh schon da, ich kenne mal hier vorne hin, da können wir nach hinten warten, so, das ist ja weit, da ist richtig, drei, das ist richtig, da ist rein, drei, ... und ... ... und ... ... setze Meter ... ... mit Freilermarkt ... ... und mit Fölkurz ... Alter Biesel, alter Biesel, wir gehen ins Feldkursen, so, so, das Leite in der Speicher, macht er fein da ich jetzt ein bisschen schmaler genommen habe wird er auch nichts gegen lassen da wird alles gras blöd ist nur wenn er jetzt eine bahn nimmt wo heu anfängt weil heu ist das wäre so tragisch so dass ich lage wäre gut das läuft das läuft auch bis jetzt ein bisschen beeilen würde könnte man ja noch die beste an nacharbeiten nicht gemacht würde tatsächlich gut aus wo will er hin junger das ist hier gerade Richtung das muss ich gerauchen haben so 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 schau mal unser onkel an hoffentlich reif den können wir vorbereiten für ballenpressen ist das grün ganz hoch schau mal genau so das ist die und die 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 meisten Gräte haben ja auch das, was wir von vornherein schwanken können, wie auf die Förderwand und das Gras in die Mitte gebracht. So, sauber. Oh, das war. Ich nehme das Grütteig mit hier. Ja, da brauche ich mal einen Beckenknapp. Ich habe ja nur schwarze Folie für die Glasfaden. Ich habe einmal nachts Ballen gepresst und wollte nachts sammeln. Dunkel. Das war äußerst, äußerst ungünstig. Aber nachts wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Dunkel. Das muss ja nicht sein. So. So. Schau mal. Eskaliert man parallel dazu hin. Weil das geht nicht mehr schief. So. So. Dann werden wir auf den Kintrall fahren. Gut aus. So. Schön sauber. So. So. Dann werden wir uns gleich den nächsten Traktor nehmen. Diesen hier. So. 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 Das feld praktisch fertig. Einmal dagues muss ich noch. Das wär auch ein Versuch wert. Das klappen würde. bei der grunde mit dem gift wollen ja sowieso und koppel können wir testen das stimmt dann können wir die arbeit gleich komplett fertig machen so haben wir über 50 prozent hier drauf gebracht schlecht Winter ist Kalk Also hier haben wir noch eine Durchfangsgarage bauen Das wäre irgendwie klüger Gerade bei denen gespritztes Blut Okay Fertig Ballen Ah der tut da Gut da Dann wollten wir ja düngen Düngen wollten wir Mensch Junge Die wollten düngen Dünger wird auch nichts Dünger wird auch nichts Dünger 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 sauberkeit gras 67.000 wasser auch noch voll wasser was probieren so sehen es wird 50 50 70 oder prozent das wird funktionieren machen wir gleich fertig so außen an sich gehen dann gehen wir auf 1 Dünn, 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 dünn... bereits. Ich habe zwei Kurse gehabt, das ist schlecht. Und da durcheinander. Dann machen wir den Dünger rauf, und dann wird er hier fertig. dann kann man in aller Ruhe Hopf erden, Trocken, Trocken muss auch Show gemacht werden, genug Arbeit. Als Rupf 4 werde ich nicht machen, ich werde auch nicht mit Rupf fahren. Und eine Karte. Soll es Probleme geben mit dem Luziano oder sowas? Ich habe zwei Rupf 4 runtergeladen, aber gut. Ich mache ja gerade in den neuen Folgen. Arbeit auch, die Zeit noch hat gelaufen. Nee, was ist C? Ja, der Arbitant ist gut. Wie man sieht, bleibt nichts liegen. Gefällt mir. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde gerne mit meinem Like freuen. Nö? Das sollte ich mal wiedersehen. Wiedersehen bald besser ist, als ein Like. Jeder Zuschauer zählt. Dann seien mal schüß und winke, winke. Bis zur nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020